Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem 18. Adventskalendertürchen. Ja, heute möchte ich einfach mal so ein bisschen drüber schnacken, so alt oder neu. Und zwar wieder was über World of Warcraft. Und ja, um was genau geht es, das möchte ich euch jetzt zeigen. Tada! Ja, es geht eigentlich um die Talentbäume. So einige Leute von euch, die wahrscheinlich schon jetzt, ich weiß nicht, vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre dabei sind. Oder auch schon seit Classic-Zeiten dabei sind. Und so, die kennen das so, die kennen den Talentbäume noch von früher, so Krieger, Paladin. Und die kennen das hier. Wow, wie einfallsreich. Ja, ich möchte das einfach mal heute in die Runde werfen. So, was fandet ihr besser oder findet ihr besser? Würdet ihr lieber euch wieder so einen schönen Talentbäume hier wünschen, wo man halt wirklich einfach die Möglichkeit hat, wie man hier sieht, wirklich noch zu variieren, was man machen möchte. So, wo man Skills auslassen kann, wo man in einen anderen Talentbäume so ein bisschen rein skillen kann. Und einfach, ja, mehr Vielfalt entwickeln kann, wie man die einzelnen Specs, die einzelne Klasse spielen möchte. Oder sagt ihr eher so, ah, nee, dieses ganze Komplizierte aufbauen und ah, jetzt setze ich hier unten 2 Punkte rein, jetzt setze ich da nur 1 rein, hier 5, da 2. Ist für mich zu kompliziert und würde mich total nerven. Oder sagt ihr eher so, ach komm, das hier, das ist super easy, ich kann mit 15 3 Punkte einfach irgendwo schnell reinsetzen und so weiter, das bis 100. Was ist eure Meinung? So, also meine Meinung möchte ich natürlich jetzt auch kundtun dazu. Meine Meinung ist 100%ig. Sowas wünsche ich mir wieder zurück. Die alten Zeiten, die alten Talentbäume einfach. Ja, warum? Ich wünschte sie mir einfach zurück, weil ich fand es einfach viel, viel angenehmer so. Es war zwar klar, viele haben damals natürlich dadurch auch viel falsch geskillt, weil sie natürlich einfach noch nicht so wussten, okay, wie, wo, was. Skill ich jetzt einfach irgendwie 61 Punkte in Furore, weil ich will ein Furi spielen. Oder skill ich wie hier so 20 in Waffe, 41 in Furore oder so. Oder skill ich 10 in Waffe, 41 in Furore und 10 in Schutz. Da hatte man einfach so viele Kombinationsmöglichkeiten, wisst ihr? So, das war einfach, das war einfach, das war einfach herzergreifend. Das hat mir einfach Spaß gemacht, mich da hinzusetzen und immer neu zu tüfteln. Und dann war ein neuer Patch, dann wurde irgendein Skill genervt. Dann hat man den wieder, wieder rückgängig gemacht und hat dann seinen Skillpunkt da hin versetzt. Also man hatte einfach, ja, viel, viel mehr Spaß an dem Talentboy bei sich. Also es war halt einfach viel lustiger, so diese Talentboy auch zu machen und sich halt auch die Skillpunkte dort zu vergeben. Es wurde halt nicht so eintönig, dass man einfach nur, wie jetzt hier, ihr seht es ja selber. Für mich ist das eintönig. Es ist einfach gut für die Casual-Gamer, die jetzt neu dazukommen oder auch für die Leute, die allgemein vielleicht nicht sich gerne oder nicht einfach viel mit ihrer Klasse beschäftigen möchten, ist dieser Talentboy natürlich eine super Lösung. Auf jeden Fall. Und er ist auch ziemlich simpel gehalten und man muss auch nicht viel beachten. Das stimmt. So, man kann einfach, wie man jetzt hier sieht, so wenn man jetzt, das ist jetzt die aktuelle Skillung zum Beispiel, für fokussierte Wutkrieger. Man kann einfach so hier klack, 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 klack machen. Zack, hat seine Skills. Und das Ganze ist natürlich fertig. Und man muss sich nicht weiter mit irgendwas beschäftigen. Das Ganze ist natürlich einfach super. Aber hier wäre es doch einfach viel, viel geiler, wenn man das jetzt mit einer fokussierten Wut machen würde. Zum Beispiel, man kann es ja machen. So, dass man halt sagt, ja okay, was weiß ich, der Krieger ist mit einer fokussierten Wut, dass man dann hier unten vielleicht statt zwei Skillungen, kann man ja dann einfach sagen, so hey, man macht hier, was weiß ich, statt fokussierte Wut macht man die Kombo hier in die Mitte. Und man hätte einfach mit der jetzigen Zeit auch eine super Möglichkeit halt einfach in so einem Talentbaum einfach fokussierte Wut und einfach viel unterzubringen, um die Klassen halt einfach nochmal ein bisschen unterschiedlicher zu machen. Die haben sich früher einfach viel, viel geiler gespielt, wenn ich mich hier dran noch erinnere an diese drei Sachen hier. Das war mit Schwert, hier glaube ich war es mit Ignoriert Rüstung. Ich glaube, bei Schwert war es, lasst mich jetzt lügen, Krit oder sowas oder Axt war Krit. Und hier war noch irgendwas, ich weiß es gerade nicht. Aber man hatte halt einfach so die waffenspielspezifischen Sachen. Man konnte halt einfach so, so viel machen. Man hatte einfach wirklich eine riesige Möglichkeit einfach. Und ja, da möchte ich einfach jetzt mal nicht weiter labern, sondern einfach mal so eure Meinung wissen. Was sagt ihr? Lieber so einen alten Talentbaum wieder mit den neuen Skills natürlich drin, um einfach so die Vielfalt wieder zu haben, um einfach wirklich besser zu skillen und individueller zu skillen seine Klasse oder halt einfach bei dem schlichten Modell bleiben und sagen, einfach einfacher ist besser. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Soweit mehr möchte ich da jetzt eigentlich auch gar nicht drauf eingehen. Ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video natürlich gefallen hat und ihr Redestoff habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit gerne einen Daumen nach oben geben. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Sonntagnacht, einen schönen dritten Advent müsste es jetzt ja sein. Ja, dritter? Ja. Oder ich weiß es gerade nicht. Auch egal, Leute, so ist es ja auch egal. Ich glaube, dritter. Könnte auch vierter sein, aber ist ja egal. Darum geht es jetzt ja nicht. Ist auch egal. Wir können ja mal jetzt echt gucken. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Ja, okay, es ist der vierte. Es ist der vierte Advent, Leute. Vierte, vierte, vierte. Vierter Advent. Ja. Ja, alles Gute auf jeden Fall zum vierten Advent. Euch einen schönen Sonntag. Fleißig. Ein paar Daumen nach oben. Ein paar schöne Kommentare noch reinpfeffern. Auf jeden Fall. Ich hau jetzt ab. Geh offline und genieße meinen Resturlaub noch. Haut da rein. Euer Brocken. doings drauf.